Wir genießen hier das schöne Wetter und zwar ist unser Urlaubsziel und besichtige die wunderschöne Altstadt hier in Trier. Ich muss gleich arbeiten, aber bevor ich arbeite, genütze ich noch die Sonne. Ja, ich bin rausgegangen, weil so schönes Wetter ist und weil man einfach draußen viel besser lernen kann. Ja, also ich werde beim schönen Wetter mein Buch lese und schöne Palazkarte in der Sonne ein bisschen umschalten. So, beim schönen Wetter, da gehe ich immer, da gehe ich manchmal raus, schäme mich hin. Manchmal spiele ich auch Fußball mit meinen Freunden, das macht ultra Bock. Und sonst gehe ich auch manchmal ins Freibad. Ja, wenn im schönen Wetter mit Freunden irgendwo rumhängen, so ein bisschen chillen, aber sonst keine Pläne, so nächste Tage. Ja, ich bin hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017